Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Vlog, mal wieder Basketball. Heute erstes Halbfinale gegen Ulm und wir sind natürlich da mit am Start. Wird sicherlich ein gutes Spiel werden. Und, was gibt's gutes? Frohes Fleisch. Das ist Roastbeef. Ja, mit Brot. Roastbeef ohne alles, hervorragend. So, hier die vegane Variante und hier die Fleischhöhne. Hier ist noch die Bar, um so ein bisschen Atmo aufzunehmen. Also, die Ulmer sind auch schon mächtig am Start und machen auch schon Alarm. Aber ich sag, die Bayern machen's. Der Ergebnis, Tipp. Bayern. 86 zu 54 für Bayern. 1. 2. 4. 5. 5. 6. 8. 8. 9. 1. 10. 5. 9. 2. 1. 3. 2. 3. 7. 4. 4. 1. 4. 4. Untertitelung des ZDF, 2020 Unser Spocker, die Sängerung, und hier in die Jägerwärts! Unser 13, unser Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Unser 17er, Niklas Rindler, die 20. das erste Mal Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Unser 13, unser Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Unser 17, unser Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Sieger! Unser 17, unser Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Unser 17, unser Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Unser 17, unser Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Unser 17, unser Kapitän! Unser 18, unser Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Unser 17, unser Kapitän! Unser 18, unser Kapitän, und hier in die Jägerwärts! Bauer! Bauer! Ja, auch gut. Ja, das ist so wichtig, Leute! Best. свuating! Die! Cash! 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 2018, Ende des ersten Vibes, für den Wettbewerb hast du gewonnen! Das war ein zweites Rügel schon. 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 Das war ein zweites Rügel schon.